Pinnacle Systems geht auf Ihre Wünsche ein. Freuen Sie sich auf die neuen Audio-Features in Studio Version 12, mit denen wir die Wünsche unserer Nutzer umgesetzt haben. Ein Regler für die Master-Lautstärke ermöglicht die Änderung des gesamten Klangs, ohne den Mix zwischen den Tonspuren zu beeinflussen. Eine exakte Dezibelkontrolle ermöglicht Ihnen die Eingabe eines numerischen Lautstärkewerts und sorgt dadurch für eine konsistente Audioausgabe. Pegelanzeigen für alle Spuren warnen Sie, falls Tonspuren über Steuerung aufweisen. Eine Pegelmesseranzeige warnt Nutzer vor Audio-Clipping, selbst wenn die Audio-Toolbox geschlossen ist. Studio Version 12 bietet außerdem Funktionen für die akkurate Platzierung und Kontrolle von Audio-Keyframes. All diese neuen von unseren Nutzern gewünschten Audio-Features sind jetzt in der Version 12 unserer Studio-Produktfamilie verfügbar.